Keine Strafverfolgung für Filesharing in Großbritannien mehr, ein neuer Arial-Kickstarter-Skandal und Verschiebungen für Dragon Age und Battlefield. Ich bin Michael Obermeier und sage euch hiermit hereinspaziert zu den News am 23. Juli. In einem historischen Schritt hat Großbritannien die Strafverfolgung von Filesharing eingestellt. Ab 2015 sollen Benutzer, die illegal Filme, Spiele oder Musik runterladen, nur noch vier wahren E-Mails von ihrem Provider bekommen, in denen steht, dass das, was sie da tun, nicht rechtens ist. Danach passiert aber nichts mehr. Das hat der Unternehmensverband BPI aus seiner offiziellen Webseite bekannt gegeben. Creative Content UK heißt diese ganze Initiative und das Ziel davon soll sein, Leute zum Umdenken zu bewegen, dass sie sich die Inhalte doch auch auf legale Weise besorgen können. Als konkretes Szenario nennt ein Sprecher so, dass man Eltern darauf hinweisen kann, dass das, was ihre Kinder da im Internet treiben, nicht rechtens ist. Übrigens, nur weil die Regierung offiziell die Strafverfolgung eingestellt hat, heißt das noch lange nicht, dass deswegen Filesharing in Großbritannien legal ist. Urheberrechtsanwälte werden also auch weiterhin für ihre Kunden, große Musikspiele und Filmverlage, die Filesharer zur Kasse bitten. Deshalb meine Frage an euch. Glaubt ihr, dass eine einzige Warn-E-Mail reicht, um Leute da zum Umdenken zu bewegen, jetzt vom Raubkopieren abzusehen? Schreibt es doch in die Kommentare. Nur zum Kontext. In Großbritannien war es so, dass im Jahr 2012 fast ein Viertel aller online konsumierten Inhalte illegal heruntergeladen worden ist. Schon wieder gibt es Neuigkeiten zur Kickstarter-Kampagne von Ariel und schon wieder ist es ein Skandal. Die hatte ja kurz vor Ablauf der Frist von den eigentlich geforderten 50.000 US-Dollar nur knapp 40.000 US-Dollar zusammen. Dann sind aber über Nacht auf einmal 64.000 Dollar aufgetaucht. Das war offenbar auch den Betreibern der Plattform Kickstarter zu mysteriös, die die ganze Kampagne jetzt erstmal auf Eis gelegt haben. Weil Westgames so weder mehr Geld verdienen noch Updates an die Backer schreiben kann, hat man einfach auf der eigenen Webseite eine eigene Crowdfunding-Aktion gestartet und da auch eine Stellungnahme veröffentlicht. Daran heißt es, man könne sich nicht erklären, warum Kickstarter die Kampagne gestoppt hat. Außerdem beklagen sich die Macher über zahlreiche Hasskommentare, unter denen auch Morddrohungen sind. Als Gründe für die schlechte Stimmung nennt Westgames zum einen den Konkurrenzkampf um das Stalker-Erbe und den aktuell realen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Bei der Entwicklung von Ariel jagt einen Skandal der nächsten. Neben andauernden Vorwürfen über geklaute Inhalte im Spiel gab es Anfang der Woche auch einen sehr mysteriösen Brief von Wladimir Putin. EA schiebt und zwar zwei seiner größten Spiele nach hinten. Dragon Age Inquisition kommt zum Beispiel nicht mehr wie geplant im Oktober, sondern erst am 21. November. Das steht auf der offiziellen Webseite des Spiels und als Grund wird angegeben, dass die Macher mit den paar Extrawochen für ein besseres Spiel sorgen wollen. Auch Battlefield Hardline verschiebt sich, das sollte ja ursprünglich erst im November kommen, wird jetzt aber gleich ins nächste Jahr 2015 verschoben. Auch dazu gibt es einen Eintrag mit offiziellem Blog und Erklärung. Darin heißt es, man würde die zusätzliche Zeit nutzen, um das Feedback der Spieler aus der Beta umzusetzen, damit einen noch innovativeren Multiplayer-Modus zu bauen und eine noch packendere Story-Kampagne. So, genug aufgepasst, weiterspielen, bis morgen.